Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hot Lava mit der lieben Hanni. Hallo. Also, wir haben es versucht. Hör auf. Letzte Folge haben wir auch echt lange versucht und eine Viertelstunde. Und jetzt ganz ehrlich, nein. Windkanäle. Wir kommen. Oh ja, darauf habe ich Bock. Ja, nice. Nein. Ähm. Bist du auch da, wo ich bin? Nee, bist du nicht. Nee, ich habe den Chef gerade noch nicht. Ey. Ich schätze, ich bin da noch. Das ist aber die maximale Höhe. Ich... Ich... Bin ich jetzt gerade zu dumm? Nein. Ah. Doch, ich war dumm. Warum? Weil ich das falsch gemacht habe. Wie war er denn falsch? Ja, ich bin... Weil ich ganz oben bin und ich muss aber den Aufschwung nutzen. Ah. Grundgefahr. Uff. Ich bin. Ach du Scheiße. Oh, schweiß. Schau mal hier jetzt. Reicht so ein Checkpoint, ne? Was? Reicht so ein Checkpoint. Okay, aber hab ich nicht. Okay. Ist halt echt nie einfacher, ich hab so ne auch clever gestorben. Okay. Wow. Mal los. Du hast aber Glück gehabt. Okay. Geil. Wie er da zusammenflicken kann. Okay, da vorne ist ein Pogo-Trial. Aber ja, wir haben schon gesagt, das hier können wir wahrscheinlich nicht machen, bis wir nicht da alle bis hinfällig haben. Und diese eine Mission machen wir nicht. Hier ist ein Tiny und ein Pogo. Die können wir machen. Komm, Tiny. Komm, Tiny. Komm, Tiny. Die sind voll fast da. Komm, Tiny. Das macht er mit. Ähm. wie hast du denn das geschäft das trampolin den boden du bist da hochgepult wieder musst du gar nicht ganz einfach von boden auf dem kinder würde ich sag ja du bist voll verarscht weil du denkst ja dass du da oben hoch muss und da war es auch hier bei mir jetzt bin ich die grundlager ich habe gefunden und ich mag back using back using gleich eine aufnahme habe ich gestorben ich schaffe das nicht bin dafür dumm ich bin einfach an dem schick ich habe mich schon lange habe ich schon wieder über den checkpoint was das auch man ich eigentlich innen nein ja springen Schaut um. Nein, bist du nicht. Doch. Nein, bist du nicht. Wow, wow, wow. Warum? Das ist der Sprung nicht rein. Was? 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 Wo? Was gibt es hier? Nein! Nein! WTF? I don't get it. Oh. Hä? Muss ich da echt mit Speed hin und so? Ich bekomm das nicht hin. Ich bin dafür zu dumm. Ich bekomm das nicht hin. Oh, ich hätte ja springen müssen. Nein. Ich wollte den Pfeil nutzen. Aber durchkommen nicht runter glaube ich. Ich muss halt irgendwie da oben hochkommen oder ist das falsch? Boah, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Karl wieder. Komm, ich bin so dumm. ich komme auf diese scheiße das haben wir nutzen schon ja ich versuche es ich komme aber nicht auch von oben wir sind oben wieder von was nützt mir das trampeln lieb gar nichts jedoch nicht so hochkommen mehr verspringt lange sollte springen zehn jahre ja gut natürlich auch schon acht minuten wirklich also vielleicht kann ich dazu welche sagen was machen muss aber vielleicht wo musst du hin am ende da ja das habe nur gerade aber dann noch von dort müssen noch nicht reden jetzt habe ich das erst gekallert was du meintest mit dem trampolin ach so bei ihm gerade der erste versuch mit beiden trampolins also auf aber Oh, oh, oh. ich sterb sprüge ich schon als groß neu im prinzip genau das gleiche aber das kleine groß Bis dann, du hast ja Ich habe da ja ein bisschen Bug-Dusin gemacht, ich habe da unten am Boden her gelaufen, einfach Okay So, da war das, wo ich sagte, ich habe einen Bug, ich habe einen Bug Oh Wo war das denn? Ähm Okay, auf die die bin ich gekommen Ich bin nicht rüber So Ich bin nicht mehr auf die Bremse Dominington Hm? Check Point, muss ich Domininington zum Checkpoint? Ja, der gut, der muss Yeah, Der Checkpoint bekommen, also in einem, ähm, ähm, forstlings haben wir ja mal gesehen Dass eben nicht alle Checkpoints haben Muster, aber Musst du irgendwie schon, weil sonst kommt dir ja nicht der End-Checkpoint, oder? Ja, ne. Also du siehst schon einen End-Checkpoint. Nop! Scheiss Kegel. Die Kegel sind schon sehr nervig. Das ist der Trick, wo ich mehrfach drüber hergesprungen bin. Ich bin mehrfach drüber hergesprungen. Ja, weil ich dann so schnell war und dann... Achso. Ich verstehe deine Wut. Ich verstehe deine Wut. Sehr sogar. Einsam nach. Scheiße. Scheiße. Das ist so nervig, ne? Mhm. Wollte ich dir nicht sagen, ich weiß. Mhm. Das ist aber eher so für die Zuschauer, die jetzt nicht denken so... Hä, warum ist man denn so aggro jetzt? Spielt das selber das Spiel. Hehehehe. Hehehehe. Scheiße. Maul. Entschuldigung. Habe mal tief ein, ganz in Ruhe, schaffst du das. Ja, glaub... Das hilft nicht, das hilft nicht. Ja, ich geh was, ich geh an was. Oh. Hehehehe. Okay, okay, okay. Hehehe. Ja. Oh, nice. Hehehehe. Sehr schön. Sehr schön. Oh, fuck. Da bin ich auch mehrfach gestorben, bei der Stelle. Genau da. Das hättest du mir nicht vorher erwähnen können, ne? Hab ich doch, bevor du gesprungen warst, hab ich doch gesagt. Nein, als ich schon gesprungen bin. Ja, ja. Jetzt, Entschuldigung. Entschuldigung. Habe. Halt nicht, nein. Überhaupt nicht. Was? Ich hab nicht mit dir geredet, alles gut. Okay. Möchtest du lieber off-screen weitermachen? Ja, können wir machen, meinetwegen. Na gut, dann sagen wir jetzt mal nach... Ja, passt doch bei der Uhrzeit. Passt das nicht, deswegen. Deswegen, danke schön fürs Einschreiben bei... Ja. Wie du möchtest, also wir können auch weiterlaufen lassen. Bring jetzt weiter, ich höre jetzt nicht auf. Ja, okay, dann lass ich laufen, dann lass ich laufen. Und das war's, wo ich gesagt hätte, ich hätte auch gettet. Hä? Ja, das hab ich auch nicht verstanden. Die ganze Zeit nicht. Soll ich sagen, wenn du das sagst, hast du... Warte mal. Das hab ich auch versucht. Achso, ja. Achso, ja, okay. Ach, fuck. Okay, du kommst ja schnell darauf auf, das ist okay, ich bin da nicht aufgekommen. Nein, jetzt muss ich den Gang, der heute. Mach's, das ist aber auch nicht einfacher, weil das so eine Stress ist. Mal auf. Das Ding mich grad verarschen, warum ist das denn da oben? Ja, du musst da hin. Vor allem will das Ding mich verarschen. Lime. Du kannst es, wenn du wirklich willst. Just try. Just try. Just try. Ich hab genau auf die Scheiße erstmal auch nicht gerechnet. Ja, ich fühl mich wohler, wenn ich sneaker. Alles gut. Alles gut. Als Zip spring auf dem Teil davor. Bevor du auf das Ende ist. Komm. Warte, ein Versuch noch. Wie so ein Versuch. denn ist auf folge schon so ein bisschen vorbei ich wollte eben schon schluss mal du hast es laufen lassen jetzt weil ich das ja doch der nur geschafft hat das ist das jetzt auch sag ich doch gg gg 20 minuten alter verwalter kein mehr gut und damit tschüss und mal gucken ob man sich jeder sieht dach schluss einsteller klar war damit die man nicht ja 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 ja